105. Und das Haus ist voll im Rennen. Aber voll. Keine Chance. Zwischen 105 und 113 sind wie viel? Zu viel. Wie viel? Rechnerisch? Acht. Was machen wir mit den 8.000 zwischen uns? Ich schluck die 1.000 und du nimmst die 7. Wir machen glatte 110 und das Ding ist gegessen. Wir machen eine schöne Schnapssaat aus 111. 110. Nein, 110. 110. Das muss ich passen. 111. 110. Du lässt es dir nicht durch die Lappen gehen wegen 1.000 Euro. Nein, du lässt es dir auch nicht durch die Lappen. Du schickst mich doch nicht nach Hause, wenn ich hier für ein Black Series für sagen und schreibe 110.000 Euro bereit bin, das Auto voll rein zu machen. 110 und das Auto ist drin. 110.5. Nein, 110. Da bin ich dir nochmal 5 entgegengekommen und du bist auch 5 entgegengekommen. Das ist fair. 110. Deal. Deal.